Eine Botschaft von unserer Gottesmutter Unsere gesegnete Mutter, Königin des Himmels und der Erde sagt. Ich weine um die Menschen, denn in ihren Herzen herrscht Rebellion. Es ist dringend notwendig, auf den Ruf meines Sohnes zur Reinheit zu reagieren. Bringt eure Herzen durch Bekehrung und Weihe zurück in unsere heiligen Herzen. Außerhalb der Grenzen des Schutzes meines Sohnes gibt es nur Schmerz und Leid. Gequälte Seelen leiden, weil Satan sie verhöhnt. Kehrt zurück zu meinem Sohn, mit Reue in euren Herzen, und er wird euch mit seiner Barmherzigkeit bedecken. Ich schenke euch meinen Rosenkranz des Lichtes, damit ihr durch Gebet und Busse wieder mit meinem Sohn versöhnt werden könnt. Ich zeige euch den Weg und erleuchte den Pfad der Erlösung, der nur durch meinen Sohn Jesus Christus erreicht werden kann. Betet meinen Rosenkranz des Lichtes, in dem mein Sohn offenbart wird. Betet meine Kinder, betet ohne Unterlass, denn die Zeit der Finsternis nimmt stark zu, denn der Sohn des Verderbens wird bald offenbart werden. Meine Kinder, denkt immer an meine Verheißungen, und lasst eure Gebete ohne Unterlass sein. So spricht eure liebende Mutter. Richtet eure Herzen neu aus, denn der Tag des Herrn naht schnell. Botschaften des Himmels für die geliebte Shelley Anna am 8. März 2023 Eine Botschaft von unserem Herrn Jesus Christus, unser Herr und Erlöser, Elohim sagt. Es ist dringend notwendig, die Segnungen der Gnade und Barmherzigkeit zu empfangen, die aus den heiligen Herzen meiner Mutter und mir fließen. Meine Getreuen Ich rufe euch zur Reinheit des Herzens auf. So viele haben sich weit von mir entfernt. Satan versputtet euch, weil ihr meinen Schutz verlassen habt und dadurch verwundbar geworden seid. Satans einziger Wunsch ist es, das Bild Gottes von der Erde auszurotten. Er möchte das Licht in euch auslöschen. Die Unterdrückung ist schwer und lastet auf euch und macht euch anfällig für Besessenheit. So viele fangen an, sich zu verändern, weil sie weit von mir entfernt sind. Satan hat ihre Gedanken verfinstert und ihre Herzen verhärtet. Ihr Gewissen ist zerrissen. Tut Busse und kehrt um zu mir. Bekehrt euch und weiht eure Herzen noch einmal den heiligen Herzen meiner Mutter und mir. Nährt euch mir, und ich werde euch mit meiner Barmherzigkeit bedecken und euch noch einmal umarmen. So spricht der Herr. Eine Botschaft vom heiligen Erzenne Michael Während die Federn der Flügel mich überschatten, höre ich den heiligen Erzenne Michael sagen. Volk unseres Erlösers Im Angesicht deiner Feinde wirst du dich nicht fürchten, denn dein Herr und Retter, Jesus Christus, König der Könige, regiert in deinen Herzen. Vertraut immer auf ihn, und euer Glaube wird gedeihen. Volk Gottes Bietet für alle Nationen und für alle Völker Bietet für die Bekehrung der schwachen Seelen, die schlummern. Erkennt eure Schutzängel an, die euch in Sicherheit bringen werden. Ein Feuerregen wird die Oberfläche der Erde versengen. Städte, die in der Finsternis verkohlt sind, werden in gefährlichen Zeiten entstehen, die während der Trübsal ihren Höhepunkt erreichen, wenn sich die Konflikte zwischen den Völkern verschärfen und die Welt in einen Krieg verwickeln. Die Elemente werden weiterhin Gottes Zorn zeigen, der den Übeltätern Angst einflüssen wird. Der Zübel wird bald aus dem Weg geräumt sein. Der Sohn des Verderbens wird dann entfesselt werden, für eine Zeit, die verkürzt worden ist. Der Tag des Herrn kommt schnell näher. Volk Gottes Macht eure Herzen bereit. Lasst eure unaufhörlichen Gebete zum Thron Gottes aufsteigen, wo jedes einzelne erhört und verrechnet wird. Mit meinem gezogenen Schwert Stehe ich bereit, mit Scharen von Engeln, um euch vor der Bosheit und den Fallen des Teufels zu schützen, dessen Tage nur noch wenige sind. So spricht euer wachsamer Beschützer. Jesus Christus, unser Heer und Erlöser, Elohim fährt fort und sagt. Kehrt um, zu mir. Denn die Stunde ist spät. Meine Getreuen Erkennt eure Schutzengel an. Sie werden euch den Weg zu eurer sicheren Zuflucht weisen. So spricht der Heer. Entsprechende Bibelstellen Matthäus 5 zu 8 Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Römer 8, 35, 37 Wer kann uns scheiden von der Liebe Christi? Könnte Bedrückung oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert uns trennen? Nein, in all diesen Dingen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Was ist die Zuflucht, die Scharbe und Gewitter re incluso000 fitzt sind. All diese Zuflucht sind, dass es ihm in das Schande ist. Woso zu heißen können?